Liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zurück zum Gewinnspiel von Floatsam. Ich bin jetzt wieder nach 18 Uhr zu Hause und hier sehen wir schon, ich mache jetzt gleich mal ganz flott die Verlosung. Hier haben wir also unsere 40 erfolgreichen Einsendungen. Ich gehe mal kurz runter, zack, hier sind es 40 und hier habe ich einfach mal die Ziffern 1 bis 40 eingegeben. Hier sieht man das jetzt, 40 sind drin und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der Verlosung. Pick a random name, okay. Ich hoffe jetzt kommt irgendwas. 40, Shigos, Shigos hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Unsere Nummer 40 hat gewonnen, Shigos. Shigos, wenn du jetzt das siehst, ich hoffe, dann schreib unter dieses Video mal einen Kommentar, wie ich dir den Key zukommen lassen kann. Also, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Shigos und nicht vergessen, Kommentar unter dieses Video, wie kann ich dir den Key schicken. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf Wochenende und Shigos vor allen Dingen viel Spaß beim Spiel. Danke euch für die Teilnahme und bis zum nächsten Abenteuer. Macht's gut. Ciao.